Musik Vielen Dank, ich freue mich sehr über diesen Preis, über internationales Steuerrecht, was besonders der Presse zu gratulieren ist, die offenbar viele überregionale Leser hat bei diesem Publikumsvoting, zumal ich recht selten in Österreich arbeite. Und deswegen freut mich das ganz besonders, dass ich hier ausgewählt wurde von dieser Mischung aus Publikumsvoting und Expertenstudie.